Queerplay, Pathfinder, Kingmaker Hallo liebe Queerlinge und ihr, die es noch werden wollt, zum Queerplay, zum Let's Play von Pathfinder, Kingmaker, einem Party-Rollenspiel erschienen am 25. September 2018 vom Entwickler Owlcat Games und dem Publisher Deep Silver. Ja, dafür gibt es wieder ein ganz neues Queerplay von mir, das hatte ich ja schon angekündigt, dass das ein neues Hauptprojekt wird. Und Hauptprojekt heißt, dass es in den kommenden Tagen und Wochen und wahrscheinlich auch Monaten jeden Tag mindestens eine Episode von Pathfinder, Kingmaker von mir auf meinem Kanal geben soll. Und wie immer werde ich das Spiel komplett spielen, inklusive aller DLCs, die da noch kommen sollen. Und werde auch in meiner üblichen Art und Weise sehr akribisch vorgehen. Wir alles genau anschauen, wir Zeit lassen, alle Leute ansprechen, versuchen alle Questen zu machen, Dinge zu finden und so weiter. Das Spiel hat angeblich ein paar mehrere Enden, ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat. Lass mich aber gerne überraschen, auch ein geheimes Ende sei angeblich dabei. Mal sehen, ob ich das finde. Meine Queerlinge, die wissen, dass ich mit diesem Let's Play beginnen werde, haben schon die Erwartung, dass ich das finden werde. Ich hoffe, ich enttäusche diese Erwartung nicht. Noch ein paar weitere Worte vorneweg. Das Spiel selbst ist mir unbekannt, klar, ich habe das noch nie gespielt, ist ja gerade erst erschienen, weswegen ich es blind spielen werde. Und auch das Rollenspielsystem Pathfinder ist mir leider unbekannt. Ich weiß, dass es irgendwie auf Dungeons & Dragons oder Advanced Dungeons & Dragons basiert. Ich werde daher also einige Dinge wiedererkennen. Aber Feinheiten sind mir unbekannt. Deswegen, falls ich da irgendwelche Dinge falsch interpretiere, ihr lieben Kenner des Systems, bitte schreibt es mir dann in die Kommentare. So, was noch? Es ist ein Party-Rollenspiel. Das heißt, man hat einen Hauptcharakter und kann im Spiel noch mehrere weitere Charaktere rekrutieren und zieht als Heldengruppe durch die Lande. Der Hauptcharakter wird, wie es wenig überraschend ist für meine Queerlinge, natürlich Dringil werden. Für die, die nicht wissen, wer Dringil ist, Dringil ist ein Schurke und quasi mein Hauptcharakter in fast allen derartigen Rollenspielen und Let's Plays, die es auf meinem Kanal bereits gibt. Dann, ich werde wie üblich versuchen, auf einer etwas höheren Schwierigkeitsstufe zu spielen, auch wenn ich das Spiel nicht kenne, auch wenn ich das System nicht kenne. Ich werde mich wie immer irgendwann später dafür hassen, aber ich werde ein bisschen höher spielen als normal. Und ich werde auf Steam aller Voraussicht nach auch einen Quest-Guide veröffentlichen, wo ich also auf die absolvierten Quest-Missionen, Nebenquesten, Hauptmissionen, was auch immer es da geben wird, verweise, damit man dort direkt in die Videos reinspielen kann, wo ich die jeweilige Quest oder den jeweiligen Quest-Schritt gerade erledige. Außerdem, liebe Queerlinge, die mich noch nicht kennen, schauen immer mal in die Videobeschreibung. Die ist bei meinen Let's Plays nämlich deutlich umfangreicher, als das normalerweise der Fall ist. Da kann man nämlich über die Suchfunktion relativ gut einzelne Videos finden, wenn man ganz bestimmte Dinge sich angucken möchte. Und wie üblich plane ich, dass die Episoden in diesem Queerplay auch ungefähr 25 bis 30 Minuten lang sein werden. Ich kündige hiermit an, dass es gerade am Anfang ein bisschen länger wird. Ich bin mir sicher, im ersten Video gibt es die Charaktererstellung und die mag länger dauern als 30 Minuten. Das möchte ich aber ungern zerreißen, deswegen wird das Video wohl sehr viel länger. Und auch ganz am Anfang kann es sein, dass die Episoden ein bisschen über 30 Minuten lang werden, weil ich immer eine gute Stelle finden möchte, bevor ich da einen Cut mache. So, weiterhin, ich werde natürlich wieder Off-Cam Let's Playen. Das hier war nur eine Begrüßung. Die Kamera geht jetzt aus und das Queerplay beginnt. Und dann geht's los. Mehr als diesen Homescreen habe ich vom Spiel bisher noch nicht gesehen. Und wir gucken mal kurz noch in die Einstellungen rein. Und da habe ich die Sprache Deutsch eingestellt und so ein paar nützliche Sachen, zumindest das, was ich dachte, was nützlich ist, das wird sich im Spielverlauf sicherlich noch ein bisschen ändern. Die Steuerung habe ich erstmal so gelassen, wie sie voreingestellt ist. Ich bin gespannt, wie ich damit zurechtkomme. Dann bei Grafik habe ich alles auf hochgestellt. Ja. So wirklich alles. Wobei, das stimmt gar nicht. Hier gibt es irgendwo noch was Ultramäßiges. Irgendwo gibt es eine Einstellung für ein Ultra. Hier, was haben wir da? Wasserreflexion. Machen wir mal. Und hier gehen wir mal auf 8. Ich glaube, das war das Höchste, was man einstellen kann. Anwenden. Und dann. Sound ist bei mir, wie immer, Musik ziemlich leise und der Rest relativ laut. Und hier ganz wichtig. Frequenz der Charaktersprachantwort habe ich auf selten gestellt, weil ich aus Baldos geht 1 und 2 weiß, dass mich das nervt. Gut. Und dann geht es mal los. Neues Spiel. Als Entwickler streben wir immer danach, unsere Arbeit zu verbessern. Aus diesem Grund benötigen wir Informationen, die wir nur von dir bekommen können. Aha. Durch Aktivierung von Telemetrie kannst du uns helfen, mehr über die Art und Weise zu erfahren, wie du spielst und welche Schwierigkeiten dir in unserem Spiel begegnen. Nur unsere Entwickler haben Zugriff auf deine Spielerlebnisdaten und Fehlerberichte. Innerhalb des Einstellungsmenüs kannst du Telemetrie jederzeit deaktivieren. Möchtest du das aktivieren? Durchklicken auf OK bestätigst du, dass die Nutzungsbedingungen, Zahlungsbedingungen und die... Ne, wer weiß, was das wieder für Sachen im Hintergrund macht. Das mache ich mal nicht. Dann. Schwierigkeit auswählen. Oh, jetzt geht's los. Aber ja. Es gibt einen unfairen Modus. Was ist doof? Also Story-Modus. Das machen wir auf keinen Fall. Einfacher Modus machen wir auch auf keinen Fall. Es ist der normale Modus, angeschaltet. Fordornd, was heißt das? Dein Charakter erleidet durch Gegner und Fallen vollen Schaden. Gegner kämpfen mit ganzer Kraft und haben die normale Chance, kritische Treffer zu erzielen. Gegner kämpfen mit ganzer Kraft. Ja, das sollst du natürlich. Dein Charakter stirbt, wenn er eine tödliche Verletzung erleidet. Dann stirbt dein Hauptcharakter, ist das Spiel vorbei. Bei toten Gefährten kann man auch Tote erwecken machen. Was ist das hier? Hier ist der Unterschied. Hier sind Gegner stärker. Unfairer Modus. Doppelten Schaden durchfallen. Das Benutzer definiert. Ich kann das alles hier noch einstellen. Aber ich werde jetzt hier nichts Einzelnes einstellen. Also was für mich eigen ist. Ich glaube, ich wähle den harten Modus. Weil ich das Spiel nicht kenne. Ja? Und das System auch nicht kenne. Deswegen wähle ich hier nur den harten Modus. Normalerweise spiele ich ja immer auf dem schwierigsten Modus. Aber hier, unfair klingt unfair. Ja. Genau. Iron Man Modus. Was ist denn das? Nur ein Speicherplatz. Das ist für den Let's Player total tödlich. Eintauch Modus. Dieser Modus deaktiviert fast alle Bildschirmehinweise. Ne, das ist Quatsch. Tutorial anzeigen. Ja, so lassen wir das mal. Weiter. Schwierigkeit vorgeneriert. Ich kann einen Charakter generieren. Er hat auf jeden Fall lange Haare. Das steht fest. Hedwig. Hedwig. Das sind alles vorgefertigte Dinger hier. Aha. Kämpfer, Paladin, Waldläufer, Hexenmeister, Kleriker. Erstell deine Champions von Grund auf neu. Das werden wir wohl tun. Weiter. So. Es geht los mit dem Volk. Was haben wir da zur Auswahl? Das sind die Porträts hier. Porträts wählen erst mal. Was ist denn das für jemand? Aha. Es sieht aus wie ein World of Warcraft genommen. Ne. Wir machen mal einen anderen. Was nicht magisch ist. Die Stammzuschauer wissen schon genau, was ich bastle. Und vielleicht. Was ist denn das für jemand? Der hat Lippenstift. Naja. Es steht ihm nicht. Der Lippenstift steht ihm nicht. Tut mir leid. Nein. Nein. Mal voll ein Ork. Ein bisschen sehr edelmännisch, oder? Moment. Der hat natürlich Stil. Das gebe ich zu. Die hat auch Stil. Aber einen ganz anderen. Das ist alles so magisch angehaucht. Er ist zu klein. Das ist die weibliche Version von dem Typ mit dem Lippenstift. Auch magisch. Sehr orkisch. Das ist sehr kriegerartig. Am ehesten. Am ehesten passt vielleicht der. Oder? Doch, der mit dem Lippenstift. Wir machen ihn hier. Wir nehmen ihn. Einfach mal ihn. So, weiter. Volk. Haben wir gemacht. Das ist dann offenbar was menschliches. Keine Ahnung. Was ist das? Da ist ein Mensch. Genau. Achso, das stand hier beim... Beim... Nee. Volk will ich jetzt erst. Achso. Das war Portrait. Jetzt ist Volk dran. Aha. Okay. Mensch. Ja. Oder? Was haben wir hier? Plus zwei auf einen Attributswert. Talent und geschult. Also der Fertigkeitsrang und... Ich tendiere nicht zu einem Menschen, wenn ich ehrlich sein soll. Geschärfte Sinne. Das gefällt mir gut. Elf ist nicht schlecht. Elfen Magie. Naja, das wird nicht notwendig sein, glaube ich. Elfen Immunitäten. Immun gegen Schlafeffekte. Elfen Waffen Vertrautheit. Halb elf gibt es auch. Geschärfte Sinne. Haben die auch. Was hat der Elf, was der halbe Elf nicht hat? Hat Elfen Magie. Da ich die nicht brauchen werde, ist das vielleicht besser. Also bei Elfen steht... Die langlebigen Elfen sind Kinder der natürlichen Welt, die den Feenwesen in vielerlei Hinsicht zwar ähnlich, aber doch völlig anders sind. Elfen leben zurückgezogen und traditionsbewusst, obwohl sie nur zögerlich Freundschaften schließen. Sei es auf persönlicher oder nationaler Ebene. Kann ein Bündnis mit einem einmal akzeptierten Fremden mehrere Generationen lang bestehen. Elfen sind ungewöhnlich stark mit ihrer Umwelt verhaftet. Dies ist entweder die Folge ihres unglaublich langen Lebens oder hat tiefere mystischere Gründe. Elfen, die sich längere Zeit in einem Gebiet aufhalten, passen sich körperlich an ihre Umgebung an, was sich vor allem in der Übernahme der Farbgebung der örtlichen Gegebenheiten widerspiegelt. Elfen, die unter den kurzlebigen Völkern leben, entwickeln hingegen häufig eine verzerrte Wahrnehmung der Sterblichkeit und werden zu myrischen Verlassenen, nachdem sie ganze Generationen von Gefährten altern und sterben sahen. Obwohl Elfen im Allgemeinen größer sind als Menschen, haben sie eine anmutige, beinahe zerbrechliche Physiognomie, die von ihren langen und spitzen Ohren unterstrichen wird. Ihre breiten Ohren sind mandelförmig und haben große Pupillen in kräftigen Farben. Während die Gewänder der Elfen häufig die Schönheit der natürlichen Welt widerspiegeln, kleiden sich Elfen in den Städten ausgesprochen modisch. So sähe ein Elf im Spiel aus, wobei die Kleidung natürlich jetzt ein bisschen nicht so modisch sein dürfte. Da ist hinten ein Sabber dran. Also, ich lese es hier nicht alles vor, nur so ein paar besondere Sachen. Den Asima werde ich noch vorlesen und den Halbelf. Zwischen Elf und Halbelf wird wohl die Wahl fallen, was mein Charakter, mein Hauptcharakter für ein Volk bekommt. Und Asima, das muss ich mir mal durchlesen, weil ich es nicht kenne. Also, der Halbelf, was ist das für einer? Elfen haben lange Zeit die begehrlichen Blicke anderer Völker auf sich gezogen. Ihre lange Lebenszeit, ihre magischen Talente und ihre angeborene Anmut tragen entscheidend dazu bei, dass sie von ihren Nachbarn bewundert oder beneidet werden. Keines ihrer Merkmale zieht die Menschen allerdings mehr in seinen Bann als ihre Schönheit. Seit der ersten Begegnung dieser beiden Völker betrachten die Menschen Elfen als Sinnbild körperlicher Perfektion und sehen in ihnen idealisierte Versionen ihrer eigenen Gestalt. Die Elfen selbst finden Menschen trotz ihres vergleichsweise barbarischen Auftretens durchaus attraktiv und bewundern die Leidenschaft und Impulsivität, mit der die Angehörigen des jüngeren Volkes ihr kurzes Leben gestalten. Ab und an münden diese gegenseitigen Schwärmereien sogar in romantische Beziehungen. Obwohl sie selbst für menschliche Verhältnisse eher kurzlebig sind, ziehen diese Beziehungen häufig die Geburt von Halbelfen nach sich, die beide Kulturen in sich vereinen, aber von beiden Völkern nicht als reinblütig betrachtet werden. Obwohl sie sich untereinander fortpflanzen, gelten selbst die nun reinblütigen Kinder von Halbelfen in den Augen von Elfen und Menschen als Bastarde. Halbelfen sind etwas größer als Menschen, aber kleiner als Elfen. Während sie über die schlanke Gestalt und Anmut ihrer elfischen Vorfahren verfügen, weist ihre Hautfarbe eindeutig auf ihr menschliches Erbe hin. Halbelfen haben ebenfalls spitze Ohren, die allerdings weniger stark ausprägt sind als die Ohren von Elfen. Mit ihren nachmenschlichen Augen nehmen Halbelfen ein breites Spektrum exotischer Farben von Gelb und Violett bis hin zu Smaragdgrün und Blau wahr. Ja, das klingt schon mal gar nicht schlecht. Was ist der Asima für einer? Asima sind Menschen, in deren Adern ein beträchtlicher Anteil himmlischen oder externaren Blutos pulsiert. Das soll wohl Blutes mehr heißen, nehme ich an. Obwohl nicht alle Asima wohlwollend sind, neigen sie eher zu guten als zu bösen Taten. Das Erbe der Asima kann über Generationen hinweg schlummern, ehe es dann plötzlich im Kind zweier offensichtlich menschlicher Eltern zutage tritt. In den meisten Kulturen gilt die Geburt eines Asima als gutes Omen. Allerdings lässt sich nicht abstreiten, dass einige Asima das Ansehen ihres Volkes missbrauchen und die Erwartungen anderer mit brutaler Gewalt oder Bestechung untergraben. Asima sehen normalen Menschen von einigen körperlichen Merkmalen, die ihr ungewöhnliches Erbo verdeutlichen, abgesehen recht ähnlich. Zu diesen Merkmalen zählen beispielsweise ihr metallisch glänzendes Haar oder eine ungewöhnliche Haut- bzw. Augenfarbe. Okay, ich muss mich korrigieren, der Typ hatte keinen Lippenstift, der hat halt, das ist halt ein metallischer Glanz der Lippen. Kann man hier irgendwie reinzoomen? Geht das irgendwie so? Ne, irgendwie komme ich ja nicht näher ran. Naja, es ist ja auch nicht so wichtig. So nah sieht man die Charaktere sowieso nicht. Tja, was machen wir da? Was hat denn da für Vorteile? Erbe, was heißt das? Die meisten Asima wissen nicht genau, woher ihre himmlischen Kräfte einst kamen. Und die ähnlichen Wesenszüge vieler dieser himmlischen Wesen deuten darauf hin, dass es sich um eine vergleichsweise unklare oder allumfassende himmlische Macht in ihrer Erblinie handelt. Aura des Lichts Sie können ihren Kopf willentlich in Licht hüllen. Manifestieren sie einen Heiligenschein, erhalten sie einen Situationsbonus plus zwei auf Rettungswürfe gegen Erblinden und Blendung. Aha, und? Zelestische Resistenz Asima haben Säure, Kälte und Elektrizitätsresistenz 5. Interessant. So. Halb-Org werde ich nicht machen. Halb-Elf vielleicht nochmal die geschärften Sinne anschauen. Elfenknome und Halb-Elfen erhalten einen Volksbonus von plus zwei auf Wahrnehmungswürfe, als wir nicht unbedingt haben. Die Immunität ist halt gegen Schlafeffekte und ein Bonus von plus zwei auf Rettungswürfe gegen Verzauberungen. Und? Anpassungsfähig, die Halb-Elfen. Halb-Elfen erhalten auf Stufe 1 Fertigkeitsfokus als Bonus-Talent. Aha, schön. Halbling? Och, wie süß, guckt ihr den Kleinen an. Hihi, die blonde Dolle da oben. Ach, das ist sehr putzig. Ah. Sicherer Tritt. Ach, die haben geschärfte Sinne, das ist auch nicht schlecht. Halblingsglück. Langsame Bewegung. Ja, weil sie halt kleiner sind, müssen sie halt mehr wetzen, theoretisch furchtlos. Ne, nehme ich nicht. Ein Gnom, etwas größer. Etwas schmaler auch irgendwie vom Kopf her. Wir haben relativ viele Volksmerkmale Gnomenmagie. Aha. Verteidigungsschulung gegen Riesen. Ach, du meine Güte. Zwerge. Ja, so stellt man sich ein Zwerg vor. Ruhig und sicher. Abgehärtet. Aha. Gut, den Elfen haben wir uns schon angeschaut. Das Wort Elfenmagie halt noch nicht. Das wäre, Elfen erhalten einen Volksbonus von plus zwei auf Zauberschufewürfe zur Überwindung von Zauberresistenzen. Außerdem erhalten Elfen einen Volksbonus von plus zwei auf Wissenswürfe. Mhm. Elfenwaffe, Vertrautheit. Elfen sind geschickt im Umgang mit Langbogen, einschließlich langer Kompositbogen. Langschwerdern, Rapieren und Kurzbogen, einschließlich kurzer Kompositbogen. Alle Waffen, die das Wort Elfen enthalten, betrachten sie als Kriegswaffen. Mhm. Ja, und der Mensch halt. Ne. Ich werde mich für einen Halbling entscheiden. Nein, Quatsch. Für einen Halbelf. Ach, weicher. Halbelf. Jawohl. Halbelf. So. Okay, das ist das Volk. Geschlecht. Ach so, da kann man hier, aha. Ja, ne, es wird ein Mann. Haupthand. Er soll Rechtshänder sein, das passt. Körperform. Was haben wir da? Das ist sehr schmal, mittelschmal und am wenigsten schmal. Ah, ich glaube, ich nehme den sehr schmalen Gesicht. Da kann man natürlich jetzt nicht so wahnsinnig gut erkennen. Ich kann es im Video mal ein bisschen ranzoomen, was mir aber jetzt beim Spielen nicht hilft, weil das ist ja ein reiner Video-Effekt. Also Gesicht 1, das ist das, was es hatte von Anfang an. Das hier gefällt mir jetzt nicht so gut. Naja, es ginge. Das geht gar nicht. Das ist, äh... Es sieht zwar süß aus, aber es grinst mir zu viel. Tut mir leid. Also 1 oder... Ich glaube, ich bleibe bei 1. Das ist am neutralsten. Man kann ja nicht immer mit Gewitter wieder oder immer mit Smiley rumlaufen. Hautfarbe noch. Ein bisschen sehr dunkel alles hier. Nö, das bleibt auch so, wie es ist. Frisur. Mhm. Moment, nochmal ein bisschen so gucken. Ach, das ist ein Pferdeschwanz. Aha. Oh, ist nicht schlecht. Das ist mir ein bisschen zu wuschelig. Das geht nicht. Aber das ist ein bisschen zu weh... Also zu normal. Ich glaube, ich nehme das hier. Das passt ja zu einem Halbelfen eigentlich auch. Oder... Es sieht ein bisschen doch sehr raudihaft aus. Wobei das natürlich auch wieder passen würde, das raudihafte. Die Haarfarbe. Schwarz. Eher rötlich. Weiß. Wobei, wenn ich dem Typen im Bild nachmachen will... Das ist auch eine gute Idee eigentlich. Das müsste eher das hier sein. Oder... Oder das. Ja, theoretisch oder der Pferdeschwanz, weil da kann sie ja... Dann nehme ich den Pferdeschwanz. Weil der Typ im Bild halt ungefähr knapp schulterlange Haare hat. Und dann hat er halt im Spiel die Haare zusammengebunden und im Porträt nicht. Und dann bleibt auch die Haarfarbe. Oder ist das die, die er hat? Schwer zu sagen. Ich nehme die. So, das sind jetzt eure Merkmale. Man kann hier nicht so viel einstellen. Das ist aber okay. Man sieht die Figuren ja sowieso nicht so. Weiter. Also Klasse haben wir jetzt in die Vollkammer gewählt. Klasse kommt noch. Richtig. Was haben wir denn da? Wir haben Alchemist, Barbar, Barde, Kleriker, Druide, Kämpfer, Inquisitor, Kampf, Magus, Mönch, Paladin, Waldläufer, Schurke, Hexmeister, Magier. Und dann besondere Klassen, Arcana, Betrüger. Da muss man irgendwelche Voraussetzungen erfüllen. Aber es kommt für mich sowieso nicht in Frage, solche Spezialklassen zu spielen. Duellant, nein. Mystischer Theurg, nein. Drachenjünger, nein, nein, nein. Das ist nicht. Also es wird aller Voraussicht nach, was ich spielen werde, wie üblich ein Schurke oder ein Waldläufer vielleicht. Mal gucken wir mal rein. Schurke. Halt, 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 halt. Moment, das ist noch nicht festgelegt. Oder doch? Es gibt die Klasse. Messerstecher, die Unterklasse. Das gefällt mir gut. Also, ähm, Schurke. Schurken sind wahre Meister darin, sich unbewerkt zu bewegen und ihre Gegner zu überraschen, vermeiden aber nach Möglichkeit den offenen Kampf. Ihre vielfältigen Fertigkeiten und Attribute verleihen ihnen eine enorme Vielseitigkeit, wobei sich die Kenntnisse verschiedener Schurken deutlich voneinander unterscheiden können. Was jedoch die meisten von ihnen gemeinsam haben, ist ihre überragende Fähigkeit, Hindernisse jeglicher Art zu überwinden. Angefangen beim Öffnen verschlossener Türen und der Entschärfung von Fallen bis hin zur Umgehung magischer Bedrohungen und der Beseitigung begriffsstutziger Gegner. Ja, ist das schön. Das ist die Ausrüstung, die jetzt der Kollege hat. Also, der Charakter ist immer noch der gleiche, hat aber jetzt eine Kapuze und so einen dreckigen, fleckigen Umhang und so ein bisschen, äh, ja, so hat eine Schurkenrüstung, wie man sich das nicht vorstellen würde. Er hat zwei Farben bekommen, schwarz und, äh, rot. Das wird noch zu ändern sein. Nimm mal hier so ein schönes Blau. Oder nimm das Blau mal als... Mach das mal vielleicht so, damit man dann Blau mehr sieht. Ja, lass es mal so. Merkmal hinterhältiger Angriff. Greift ein Charakter einen Gegner an, wenn sich dieser nicht effektiv verteidigen kann, hat der Angreifer die Möglichkeit, eine lebenswichtige Stelle zu attackieren, um zusätzlichen Schaden zu verursachen. Aha, der Angriff des Charakters verursacht zusätzlichen Schaden, wenn dem Ziel ein Geschichtlichkeitsbonus auf die Rüstungskasse verwehrt würde. Oder der Charakter sein Ziel in die Zange nimmt. Dieser zusätzliche Schaden beträgt 1d6. Das D steht bestimmt für Dice, also für W nehme ich dann an. Und erhöht sich auf späteren Stufen um weitere 1d6 Punkte. Es handelt sich dabei um Präzisionsschaden, der bei einem kritischen Treffer nicht multipliziert wird. Schade. Achso, gehen wir weiter. Der Charakter muss das Ziel gut genug sehen, um eine lebenswichtige Stelle auszuwählen und diese erreichen zu können. Ein Charakter kann keinen hinterhältigen Angriff auf eine Kreatur mit vollständiger Tarnung ausführen. Aha, hier steht aber nicht, dass das nur im Nahkampf ginge. Das ging auch im Fernkampf, richtig? Weil gut genug sehen und so, ja, das muss auch im Fernkampf gehen. Das interpretiere ich so. Schurkenkenntnis. Schurken wissen mit allen einfachen Waffen, sowie Handarm, Brüsten, Rapieren, Totschlägern, Kurzschwertern und Kurzbogen umzugehen. Sie sind mit leichten Rüstungen, nicht aber mit Schilden vertraut. Ja, Schild kriegst du sowieso nicht. Waffenfinesse. Benutzt du für Kreaturen deiner Größe angefertigte leichte Waffen gekrümmte Elfenklingen, Estox, Rapiere oder Stachelketten, kannst du für Angriffswürfe anstelle deines Stärkemodifikators deinen Geschicklichkeitsmodifikator verwenden. Trägst du einen Schild, gilt dessen Rüstungsmalos auch für deine Angriffswürfe. Fallen finden. Der Schurker fügt Wahrnehmungswürfen die Hälfte seiner Stufe hinzu. Gut. Klassenfertigkeiten, Beweglichkeit, Athletik, Überzeugen, Tricks, Wissen, Wahrnehmung, Heimlichkeit, magischen Gegenstand benutzen. Mhm. Es gibt da noch, also es wird ein Schurke werden, Punkt. Das ist halt meine normale Klasse in solchen Spielen. Der Waldläufer, nochmal kurz zum Gucken, das wäre vielleicht eine Alternative gewesen, aber der Schurke, so wie ich ihn gerade durchgegangen habe, gefällt mir viel zu gut. Und deswegen bleibt es der Schurke. Was haben wir hier? Stufe 1, Rettungswurf. Reflex 2, also die Boni, die er wahrscheinlich von Hause aus mitbekommt. Die Attribute kommen ja erst im nächsten Schritt, die dann ausgewürfelt werden und hier sicherlich auch einiges verändern. Grundangriffsbonus ist plus Null. Ja. Er kann keine Zauberwerken, das ist richtig, das ist aber auch nicht notwendig. Ich habe Unterklassen. Das ist ein normaler Schurke, ich habe den mystischen Gauner. Mystische Gauner üben sich ebenso in Arcana-Magie wie in Fingerfertigkeit und Heimlichkeit, weshalb man diese ungewöhnlichen Abenteurer meist auf der Suche nach kostbaren, vergessenen Schriften in den Ruinen untergegangener Reiche trifft. Nee. Messerstecher vielleicht? Der Messerstecher ist ein versierter Mörder, der sich auf den Nahkampf mit Messern spezialisiert hat. In seinen Händen werden Dolche und andere leichte klingend zu wahrhaft tödlichen Werkzeugen. Es wäre also ein Nahkampf-Schurke. Hm. Oder Schläger? Einige Verbrecher gehen bei ihren Diebstählen so raffiniert vor, dass ihre Opfer die Tat erst bemerken, wenn der Schurke längst über alle Berge und ihr Geldpreis ausgegeben ist. Ein Schläger hingegen schert sich nicht um Raffinesse. Er droht seinen Opfer mit Gewalt, um das zu bekommen, was er will, und scheut auch nicht davor zurück, diese Drohung in die Tat umzusetzen. Nee, das fällt weg. Der mystische Gauner fällt weg. Vielleicht ein Messerstecher. Wenn ich den Messerstecher wähle, dann würde ich aber sinnvollerweise im Nahkampf kämpfen müssen. Was ändert sich denn da? Das oben ist das gleiche. Der hinterhaltige Stich ist anders, also ist jetzt da, der war vorher nicht da, und ersetzt das Falle finden. Aha. Was macht der hinterhaltige Stich? Vielleicht finde ich den ja so gut, dass ich das doch mache. Der Messerstecher konzentriert sich so sehr auf den Umgang mit Dolchen und ähnlichen Waffen, dass er mit ihnen höheren Schaden durch hinterhaltige Angriffe verursacht, während gleichzeitig der Schaden durch hinterhaltige Angriff mit anderen Waffen sinkt. Aha. Also Dolch bekommt einen Bonus. Führt der Messerstecher einen hinterhaltigen Angriff mit einem Dolch, Kukri, Stoßdolch, Sternmesser oder Sai aus, wird der Schaden durch hinterhaltige Angriff nicht mit sechs, sondern mit achtseitigen Würfeln ausgewählt. Bei hinterlistigen Angriffen mit allen anderen Waffen werden anstelle von Sechsseiter und Vierseiter verwendet. Aha. Tja. Ne, ich glaube, ich war beim 0815-Schwocken. So, das soll so bleiben. Das habe ich alles vorgelesen, richtig. Was haben wir hier? Fertigkeiten. So, was haben wir denn? Klassenfortschritt. Stufe 1. Es geht bis zu Stufe 20. Das hier sind die Sachen, die ich habe. Aha. Also hier dieser etwas rötliche Bereich, der wird dann immer größer, je mehr man halt aufsteigt. Und im Moment habe ich nur die Sachen, die hier stehen. Genau, es passt ja. Und offenbar, wenn man auf Stufe 7 ist, hat man halt hier den Strich und alles, was dann hier links von dem Strich ist, hat man dann den hinterhaltigen Angriff auf Stufe 4, man hat den, was ist das hier, Schurkentrick auf Stufe 2 und Gefahrengespür auf Stufe 2, was ist das hier eigentlich, Waffenfinesse, Training und so weiter und so fort. Und ja, also muss ich ja zuletzt jetzt hier nichts machen, richtig? Muss ja nichts auswählen, kann ja gar nichts auswählen. So, Fertigkeiten. Was ist denn das hier, vorgefertigte Versionen? Wenn du das komplexe Erstellen eines Charakters überspringen möchtest, kannst du stattdessen einen vollständig Vorbereit-Beispiel-Charakter für die gewünschte Klasse auswählen. Das will ich nicht. Das machen wir schon alles selber hier. Gut. Ich würde sagen, das ist es so gewesen. Achso, die Farben. Die kann man bestimmt auch später einstellen im Spiel. Das sollte kein Problem sein. Aber das Blau-Schwarz ist schon gar nicht so schlecht. Er hat zwar ein bisschen was gräulich-grünes an, aber das soll mich jetzt mal nicht weiter jägern. Weiter. Jetzt kommen die Fertigkeiten erst. Okay, das hier waren die ganz normalen Klassentalente, die halt irgendwie hochticken, offenbar. Jetzt kommt die Fertigkeit. Ich glaube, hier muss ich das auswählen können. Okay. Fangen wir mal an zu versuchen, diesen Scream hier zu verstehen. Und das ist er. Na, Kampfangriff. Das ist der Bonus. Der ist plus 0. Das haben wir schon gesehen. Fernkampfangriff war auch Bonus plus 0. Trefferpunkte 9. Das ist ein bisschen wenig. Kampfmanöver. Ach du meine Güte. Jeder Charakter verfügt über einen Kampfmanöver-Bonus, der seine Fertigkeit beim Ausführen von Kampfmanövern repräsentiert. Der Kampfmanöver-Bonus eines Charakters erregnet sich nach folgender Formel. Aha, aha, aha. Das gehen wir jetzt hier nicht alles durch. Das wäre, da kann man ja eigene Videos machen, wenn man hier das System erläutern möchte, beziehungsweise die Implementierung des Systems hier im Spiel. Ich nehme an, oder ich bin mir absolut sicher, dass es in einer Pen-and-Paper-Runde von dem Pathfinder-Regelwerk dann natürlich nochmal um einiges anders ist. Initiative. Zu Beginn des Kampfwurfs machen alle beteiligten Kreaturen einen Initiative-Wurf, um die Reihenfolge festzulegen, in der sie im Kampf handeln. Initiative wird mit einem D20-Wurf plus Geschicklichkeitsmodifikator plus etwaige Bonus-Modifikationen usw. gemacht. Ja, je höher, desto früher, dass wir handeln, okay. Keine Zauber. Rüstungstasse und Rettungswürfe. Berührung, Bewegungsrate, aha. Attributswürde zuweisen, das ist das, was ich ja was machen muss. Da ist was Grünes, weil das... Warum ist das Grün? Geschicklichkeit umfasst Beweglichkeit, Reflex und Gleichgewicht. Sie ist das wichtigste Attribut für Schurken und ist entscheidend für Charaktere, die Fernkampfwaffen wie Bogen oder Steuerdameistern wollen. Außerdem ist sie nützlich für Charaktere mit leichter, mittlerer oder keiner Rüstung. Wenn die Geschicklichkeit eines Charakters auf Null absinkt, wird er bewegungsunfähig. Der Geschicklichkeitsmodifikator deines Charakters gilt für Fernkampfangriff, das ist ganz wichtig. Und Rüstungstasse voraussetzt, der Charakter kann auf den Angriff reagieren. Dafür gilt es also auch. Und Reflexrettungswürfe, um Feuerbällen und anderen Angriffen zu entgehen, denen du durch schnelles Bewegen ausweichen kannst. Aha. Also der Geschicklichkeitsmodifikator gilt für alle Arten von Fernkampfwaffen. Feuer, nee, Fernzauberangriffe, das ist aber hier nicht relevant. Für die Rüstungstasse und für Reflexrettungswürfe. Also, ich habe 25 Punkte, wie hoch kann ich denn gehen? Ich kann bis auf 18 gehen, mehr geht nicht. Also ich würde das hier, vielleicht ist es auch grün markiert, weil das das wichtigste Attribut für diese Klasse ist. Das kann sein. Hier auf Maximum, weil es eben das wichtigste Attribut für diese Klasse ist, ganz klar. Dann könnte man überlegen, kann man hier noch, man kann hier noch Punkte sparen, theoretisch. So, machen wir es mal so. Also das ist erst mal fix. Konstitution, das ist bestimmt Lebenspunkte und so weiter. Konstitution repräsentiert die Gesundheit und die Ausdauer deines Charakters. Eine höhere Konstitution erhöht auch die Trefferpunkte deines Charakters. Das Attribut ist also für alle Klasse wichtig. Manche Kreaturen, wie Untote oder Konstrukte, haben keinen Konstitutionswert. Der Modifikator bei allen Konstitutionswürfen beträgt plus Null. Bei Konstitution auf Null stirbt der Charakter. Und der Konstitutionsmodifikator gilt für Trefferwürfe, Zähigkeitsrettungswürfe und so weiter. Ja, obwohl es ein Halbelf ist und Halbelfen ja wahrscheinlich so ein bisschen weniger robust sind als klassische Menschen, wird dich ja auch mal ein paar Punkte mehr reindonnern. Eigentlich auch 18, wenn ich ehrlich sein soll. So, was haben wir dann noch? Intelligenz. Intelligenz legt fest, wie gut ein Charakter lernen und denken kann. Dieser Attribut ist vor allem für Magier wichtig, weil es zahlreiche Aspekte des Sauberwirkens beeinflusst. Bei Null-Intelligenz wäre der Charakter bewusstlos. Halt. Ah, so kann man das auch machen. Die Intelligenzmodifikator beeinflusst die Anzahl der Fertigkeitspunkte, die du mit jeder Stufe erhältst. Wissenswürfe. Beachte bitte, dass Magier und Alchemisten auf Basis ihres Intelligenzwerts Bonus-Zauber erhalten. Ich gehe erstmal durch. Weisheit. Weisheit beschreibt Willenskraft, Vernunft, Aufmerksamkeit und Intuition eines Charakters. Sie ist das wichtigste Attribut für Kleriker und Druiden, aber auch für Mönche und Waldläufer ist sie von großer Bedeutung. Falls ein Charakter eine gestreikerte Aufmerksamkeit haben soll, braucht er eine hohe Weisheit. Jede Kreatur hat einen Weisheitswert. Wenn die Weisheit eines Charakters auf Null absinkt, wird er bewusstlos. Und das beeinflusst was? Willens, Rettungswürfe, okay. Wahrnehmungs- und Wissenswürfe. Okay, das brauche ich also auch, wegen Wahrnehmung. So, und dann hier unten gibt es irgendwelche Klassenboni, die mich nicht interessieren, weil das nicht meine Klassen sind. Also sollte ich hier auf alle Fälle einen Malus erstmal vermeiden. Oder diesen Modifikator halt vermeiden. Dann Charisma. Kann man eigentlich im Laufe des Spiels dann, wenn man hier Punkte aufsteigt, dann hier Sachen, also Attribute steigern? Ist das so? Das weiß ich gar nicht. Ja, das wird sich zeigen. Ist ja im Moment auch völlig egal, weil wenn es kommt, kommt es. Wenn es nicht kommt, dann kommt es halt nicht. Charisma. Charisma repräsentiert Persönlichkeit, Anziehungskraft, Führungsqualitäten und Aussehen eines Charakters. Es ist das wichtigste Attribut für Paladiner, Hexenmeister und Debarben. Auch für Kleriker ist es bedeutsam, da es ihre Fähigkeit beeinflusst, Energie zu fokussieren. Bei untutenden Kreaturen ist Charisma eine Messgröße für ihre unnatürliche Lebenskraft. Jede Kreatur hat einen Charisma-Wert. Wenn das Charisma einer Kreatur auf Null absinkt oder eines Charakters, dann wird er bewusstlos. Magische Gegenstände benutzen andere beeinflussen. Das ist nicht so wichtig eigentlich. Da könnte man es fast auf 7 belassen. Stärke misst die körperliche Kraft eines Charakters. Dieses Attribut ist wichtig für alle, die sich direkt in den Kampf stürzen, wie Kämpfer, Mönche, Paladine und einige Waldläufer. Außerdem bestimmt Stärke das maximale Gewicht, das dein Charakter tragen kann. Falls die Stärke auf Null absinkt. Nahkampfangriffswürfe, Athletik und Stärkewürfe, Schadenzwürfe beim Benutzen aller Nahkampf- oder Wurfwaffe. Einschließlich Schleuder. Ich habe nur noch 3 Punkte. Scheiße. Also Charisma muss unten bleiben auf 7. Das ist halt irgendwie so. Intelligenz. Das ist auch nicht schlecht. Ich würde ja fast sagen, wenn wir hier 3 drauf machen, das ist echt schwierig. Vielleicht muss ich doch an der Konstitution noch ein bisschen sparen und hier auf 16 gehen. Also Geschicklichkeit will ich nicht sparen. Weil ich vielleicht doch die Stärke wenigstens auf den 10er haben will. Sechs Punkte haben wir noch übrig. Und die Intelligenz. Weil das halt diese Fertigkeits... Wie heißt es hier? Sprachen verstehen. Intelligenz beeinflusst anseite Fertigkeits. Das hier, Alter der Fertigkeitspunkte, die du mit ihrer Stufe erhältst. Das kann ja auch eigentlich für jede Klasse wichtig sein. Deswegen würde ich ja auch nicht so ein völliger Loser sein wollen. Wenigstens da offenbar auf die 10 kommen. Dann hätte ich noch 2 Punkte übrig. Ich kann noch Stärke, Intelligenz, Weisheit oder Charisma steigern. Dann würde ich behaupten, rein auch vom rollenspielerischen Hintergrund her, nehmen wir noch einen Punkt auf Weisheit oben drauf. Das kann ich noch einen. Ah, okay. Das war ja die Wahrnehmung richtig. Ja. Zack. So. So wird's werden. Volksbonus. Habe ich denn da? Ah, ich kann mal noch einen Volksbonus auswählen. Dann steigt die... Achso, hier unten. Äh, nein. Ich will ja eigentlich gar keinen haben. Achso, ich muss einen haben. Scheiße. Okay. Stärke. Dann geht unten Charisma. Ne, das habe ich ja so gehabt. Richtig. Dann geht noch plus 2 Stärkepunkte. Oder wie? Ach, hier komme ich auf Geschicklichkeit sogar plus auf 20. Konstitution. Intelligenz. Weisheit. Charisma. Ach, das ist der Volksbonus, weil das ein halber Mensch ist, glaube ich. War das nicht so? Ich glaube, ich nehme dann auch hier nochmal die Geschicklichkeit. Das muss echt sitzen. So. 10, 20, 16, 10, 12 und 7. Ja. Charismatisch bist du gar nicht, obwohl du eigentlich so aussiehst. So ein bisschen. Aber sei es drum. Ich kann noch 5 Punkte in Fertigkeitenpunkte zuweisen. Und das wäre... Was wäre das denn? Das wäre Athletik. Steht ja irgendwie Mouse-Over oder so. Athletik. Diese Fertigkeit repräsentiert die körperliche Beweglichkeit, die Befähigung eines Charakters für Aktionen wie Springen, Mauernkretter und Schwimmen. Vom rollenspielerischen Grund her wäre das etwas, was er haben sollte. Beweglichkeit aber auch. Klassenfertigkeiten. Wo bist du jetzt? Klassenfertigkeiten. Ich will Beweglichkeit mal angucken. Hier. Die Beweglichkeit... Fertigkeit eines Charakters ermöglicht dir, sich Gegnern zu nähern, ohne Gelegenheitsgriffe zu provozieren. Die Balance zu wahren, sich von Fetzen zu befreien, Stürze abzufangen, dich schon eng schnell zu quetschen und so weiter. Aha. Tricks. Die Tricks-Fertigkeit eines Charakters ermöglicht dir, Fallen oder Geräte zu deaktivieren, Stürze aus der Kreaturen... Kreaturen... Ah, das ist... Plus eins, auf alle Fälle. So. Heimlichkeit. Repräsentiert die Fähigkeiten als Charakter der Entdeckung zu entgehen. Ja. Auf alle Fälle auch plus eins. Wissen Arcanum. Das... Eher nicht. Wissen Welt. Diese Fähigkeit repräsentiert das Wissen des Charakters über Völker, Herrschaftssysteme von Zivilisationen und historische Ereignisse, die zum heutigen Stand der Gesellschaft geführt haben. Die Wissenfertigkeit deines Charakters ermöglicht dir, Fälschungen zu erstellen und zu entdecken. Das ist wichtig. Handschriften zu entziffern, Monster-Hymanoide zu identifizieren und nicht an Wissen über Geografie, Geschichte, Orte oder Personen zu erinnern. Das muss auch sein. Wissen Natur ist halt Wissen über Monster identifizieren, über Gewölbe und so weiter. Zufallsbegegnungen zu vermeiden. Eher nicht. Ich muss ja ersparen, wir haben noch zwei Punkte übrig. Religion auch nicht. Das kann ich jetzt schon ausschließen. Das wäre die Fähigkeit, auch Monster identifizieren, wenn sie extern nach oder untotet sind und über Ebenen der Religion und so weiter. Ne. Wahrnehmung. Diese Fertigkeit repräsentiert die Wahrnehmung eines Charakters, um Details und drohende Gefahren zu erkennen, sowie zu bemerken, wenn andere lügen oder sich verdächtig verhalten. Die Wahrnehmung, Fertigkeit eines Charakters ermöglicht dir, Geheimbotschaften zu lesen, Ahnungen zu haben, Kreaturen und Details zu bemerken, Örtlichkeit zu durchsuchen, Motive zu spüren. Das sind für alle Fälle aber sowas von. Überzeugen. Diese Fähigkeit erwebensert die Fähigkeit, andere durch Verhandlungen, Liste oder Einschüchter zu manipulieren. Aha. Die Überzeugung, Fertigkeit eines Charakters ermöglicht dir, die Einstellung anderer zu ändern, Ablenkung zu schaffen, nein, zu erschaffen, Informationen zu sammeln, einzuschüchtern und zu lügen. Das nehme ich auch. Und damit ist klar, dass magischer Gegenstand benutzen dann nicht mehr genommen wird. Und Athletik und Beweglichkeit leider auch nicht. Das ist ja schade. Aber es geht halt irgendwie nicht anders. Maximalrang ist 1. Ja, das stimmt. Ich nehme an, dass man das auch irgendwann noch steigern kann. Bin mir aber nicht sicher. Weiter. Was haben wir da? Fähigkeiten auswählen. Anwaltungsfähig. Halbelfenhalten auf Stufe 1. Fertigkeitsfokus als Bonus-Talent und Talent. Ein Talent ist ein Attribut, das einen Charakter meisterlich beherrscht. Talente ermöglichen Charakteren häufig, Regeln oder Beschränkungen zu umgehen. Charaktere halten auf Stufe 1 und dann alle zwei Stufen ein Talent. Menschen erhalten auf Stufe 1 ein Bonus-Talent. Aha. So. Was haben wir denn da? Athletik. Jetzt kann ich hier nochmal Athletik ausbügeln, theoretisch. Beweglichkeit. Heimlichkeit. Aha. Das ist quasi das, was wir gerade schon gesehen haben alles. Da kann ich nochmal einen Bonus draufhauen. Hm. Ja, die Frage ist. Hm. Ich könnte jetzt hier Athletik und Beweglichkeit noch nehmen. Das wären die gewesen, die ich noch hätte haben wollen. Das ist eine Überlegung wert, das so zu machen oder halt voll auf Sachen zu gehen, die man komplett haben wollen will. Also Wahrnehmung oder Wissen, dies, das, irgendwas. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen ausgewogener. Was ist das hier unten eigentlich? Ach, empfohlenes Feature. Okay, das steht hier aber nirgendwo. Sehe ich hier irgendwo einen Punkt? Punkt. Aber der grüne Punkt ist hier die Erklärung. Empfohlenes Feature war die Geschicklichkeit bei den, ähm, bei der Auswürfelung der Klasse. Oder Fertigkeiten irgendwo. Also ich gebe hier mal Athletik. Und, ähm, ja, Athletikpunkt. Und, äh, Talent. Kernschuss wird empfohlen. Du erhältst eine Bonus von Plus Einser für Angriffs und Schadenswürfel mit Fernkraftwaffen. Aha. Ja, das ist, äh, ja. Da muss man gar nicht weiter hier gucken. Das ist genau das, was ich haben will. Das Rote ist nicht empfohlen. Ja, im Kampfzaubern, klar. Kann ich auch gar nicht. Nee, ich nehme tatsächlich den Kernschuss. So. Sieht man das hier irgendwo? Jetzt hier? Ist das hier irgendwo eingeblendet? Nee, diese, auch da oben. Ach, da sind die. Ach so, weil ich alle zwei Stufen ein... Ach hier, die Faust verwandelt sich dann immer in das Symbol, was ich dann halt irgendwann auswählen werde bei den Stufenanstiegen. Im Moment sind es halt zwei. So. Ja, sind wir hier durch eigentlich? Weiter. Das ist der Charakter insgesamt. Jetzt kann man hier noch irgendwelche Stimmen wählen. We do it my way. Uh-huh. I'll carve my name onto your flesh. Uh-huh. Our time has come. Nee. Adventures await. Uh-huh. Let us bide our time. Nee. Let's hear you cry. We will be victorious. Hm. I'll go ahead. Calm down. Not dead yet. Aha. Wahnsinnig. Nee. Ich glaube, ich bin pragmatisch. Ich hoffe, ich kann das später auch noch ändern, wenn es mich total nervt. Aber ich glaube, ich kann das hier einstellen. In den, ähm, Soundoptionen kann man einstellen, dass diese Charakter, ähm, wie nennt man das? Charakter-Reaktions-Sound-Effekte, dass die nie kommen. Das heißt, es ist eigentlich egal, was man hier ausgeht. Man kann es ausschalten, auf alle Fälle. Nee, pragmatisch. Someone else would make better use of this. Bitte? Das nehme ich dir jetzt aber übel, mein Lieber. So, Geburtsdatum. Wir nehmen mal hier den vierten Abadius-Monat. Wie viele Monate gibt es denn eins? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Es gibt auch zwölf Monate wie auf der Erde. Okay. Hat das irgendeinen Einfluss auf irgendwas? Nee, oder? Ist völlig egal. Abadius, Kalistril, Farast, Gotzran, Destnus, Sarenit, Erastus, Arodus, Rova, Lamaschan, Net, Kutona, Abadius. Ah, ist egal. So. Name wählen, ja. Wie wird er wohl heißen, ne? Liebe Wierlinge. Ich weiß genau, wie der heißen wird. Genauso wird er heißen. So. Dann ist es das Bild, habe ich ausgewählt. Ach so, Gesinnung noch, richtig. Gesinnung. Was haben wir denn da? Neutral. Wie kann ich das hier auswählen? Wenn ich das hier draufklicke? Recht schaffen gut, ist das. Neutral gut? Chaotisch gut? Das ist komplett neutral. Aha, verstehe, ist was das zu machen. Also nochmal hier Gesinnung. Irgendwo steht es hier. Die grundlegende moralische und persönliche Disposition einer Kreatur wird durch ihre Gesinnung repräsentiert. Recht schaffen gut und so weiter und so fort. Gute Charaktere schützen unschuldiges Leben. Böse Charaktere entwürdigen oder zerstören. Es aus Spaß oder Profitgier. Rechtschaffende Charaktere sagen die Wahrheit, halten ihre Worte, respektieren Autorität, ehren Tradition und lehnen Pflichtvernachlässigung ab. Ne, also rechts schaffen passt nicht zu einem Schurken. Und gut und schlecht ist ja eigentlich eher so im neutralen Bereich, würde ich mal behaupten. Kann man, sieht man hier nochmal, wenn man hier was auswählt, so chaotisch, neutral, was wäre das? Sieht man da hier was Besonderes? Ne, oder? Ne, sieht man nicht. Man sieht nur den Text, den allgemeinen Text, aber nicht nochmal irgendwelche Subtexte für die einzelnen Szenen oder so ähnlich Dinger hier oder neun. Chaotisch, neutral, als Schurk ist man eher chaotisch. Chaotisch, böse, chaotisch, neutral. Ja, CN, genau. Ja, ich bleib bei chaotisch, neutral, ich glaube, das ist relativ passend. Gut, dann haben wir das hier weiter. Und das ist jetzt das Charakterplatz, ich glaube, das werden wir häufiger sehen im Spiel. Da oben sind die Fertigkeiten, die ich ausgewählt habe, beziehungsweise die Boni für die entsprechenden Würfe, die dann auf diese Dinger irgendwie abzielen. Grundeinigungsbonus ist halt leider plus null. Naja, man kann nicht alles haben. Da kann man dann irgendwann runter scrollen, den kann man jetzt schon. Ach so, Umgang mit leichten Rüstungen habe ich schon und Waffenfinest habe ich auch schon. Ja, Wesenszüge, Elf, Immunität und geschärfene Sinne, richtig. Also, mein lieber Trinkiel, was Wahrnehmung angeht, da will ich aber von Anfang an Leistung sehen, ja. Also das andere ist okay, aber das ist halt wirklich dein Steckenpferd. Zwölf Trefferpunkte nur, das ist nicht viel. Die Frage ist auch, ob das dann regeneriert oder ob man das heilen muss mit irgendwas. Fernkraftangriffe habe ich plus fünf, jawohl. Ja, das wird sich dann irgendwann so einrenken im Laufe des Spiels. Weiter, also fertig vielmehr. So. Und dann wird geladen. Und ich mache hier mal Schluss, liebe Gewirling, weil das Video ist lang genug. Und weiter mit dem Intro jetzt im nächsten Teil. Bis dahin.